Der Prophet kehrt zurück auf seinen Thron. Er ist es. Er ist der eine. Ich bin erst 22. Ich habe keine Schirme im Gesicht. Ich muss der Größte sein. Die wollen sie fertig machen. Sie sind jemand. Die wollen nicht, dass du bockst. Federal Bureau of Investigation. Mr. Clay, Sie sind verhaftet. Sie wollen mir also wegnehmen, was kein Boxer auf der Welt schafft. Sie haben Malcolm erschossen. Es scherz wie ein Dreck, ob du rumgebraucht wirst. Na und? Na und? Ich muss nicht sein, wie irgendeiner mich haben will. Und ich habe keine Angst, so zu sein, wie ich will. Der Temp ist hier! Schwert wie ein Schmetterling, schießt wie eine Biene! Gib's ihm, Junge! Gib's ihm! Sie können in Alabama fragen oder fragen Sie in Schweden. Jeder weiß, ich bin der Chat. Alle Ladies wissen das. Sehen wir den Fakten ins Gesicht. Von der Dunkelheit ins Licht. Er wollte mich ins Gefängnis werfen? Oh gut, von mir aus versucht. Der Kampf der Ali ist Mythos beendet. Der Kampf sollte mein Untergang werden. Also pass auf, ich schlag deine Hand sechsmal, ehe du bist dreizehnst. Fertig? Los. Eins, zwei, drei. Hat's weh getan? Der Kampf ist ein Schmerz. 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 Der Kampf ist ein Schmerz.